WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ich mach das nur ab und zu. Hi. Hi. Ach, ihr beiden kennt euch. Hör auf. Wenn man den Burschen hinters Steuer setzt, gibt es nichts, was er nicht kann. Darf ich dir Bernie Rose vorstellen? Meine Hände sind etwas schmutzig. Meine auch. Wer war das? Es gibt ein paar Typen, für die ich einen Job machen soll, aber ich spiel da nicht mit. Was ist denn das für ein Job? Wir sehen uns in fünf Minuten. Ich brauch nur vier. Oh mein Gott! Hast du irgendwas von einem zweiten Wagen gewusst? Er sagt, dass da irgendein Wagen sein wird, der uns aufhängt. Wem gehört das Geld, das ich habe? Ich werde dir mal was verraten. Wenn jemand das rausfindet, sind wir beide tot. Was hast du da? Hat dir das einer der Männer gegeben? Du hast ihn von Irene erzählt! Ich beruhige dich, Junge! Kommt dir die überkannt vor? Was deine Träume betrifft, Hoffnung für die Zukunft, die wirst du auf Eis legen müssen. Für den Rest deines Lebens wirst du hellisch aufpassen müssen. Aber du bist immer das Gleiche. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020